Wie schaffen wir die Energiewende? Wenn das die Frage ist, dann lautet die Antwort meistens mit vielen, vielen Stromleitungen, die wir dazu brauchen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Stromleitungsbetreiber und Sie wollen jetzt so eine Stromleitung planen. Auch an diesem Fall hat der Gesetzgeber gedacht und dafür eine sogenannte Vorarbeitenregelung geschaffen, die es juristisch in sich hat. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Was sind Vorarbeiten? Vorarbeiten sind beispielsweise Vermessungen oder sind Bohrungen oder sind Erkundungen, die zum Beispiel ein Stromleitungsunternehmen durchführt, um überhaupt erst einmal in die Lage versetzt zu werden, eine Stromleitung zu planen, die ja dann hinten nach auch noch entsprechend genehmigt werden muss. Was ähnliches gilt übrigens auch, wenn man eine Gasleitung oder eine Ölleitung oder irgendeine linienförmige Infrastruktur planen möchte. Typischerweise muss man, um solche Vorarbeiten durchzuführen, auf Grundstücke, die nicht im Eigentum eines Selbst stehen. Das heißt, man muss Fremdgrund betreten. Und genau das ist der Fall, den der § 5 Starkstromwegegesetz beispielsweise regelt, aber auch viele Landesstromleitungsgesetze, wenn man so möchte, beinhalten entsprechende Bestimmungen. Nach dem § 5 Starkstromwegegesetz kann das Leitungsunternehmen eben genau zur Durchführung dieser Planungen einen Antrag an die zuständige Behörde richten und die zuständige Behörde genehmigt dann diese Vorarbeiten mit einem Bescheid. Das ist allerdings kein herkömmlicher Bescheid. Darum habe ich zu Beginn gesagt, dass es juristisch etwas anspruchsvoll ist, sondern das ist ein sogenannter Janusköpfiger Verwaltungsakt. Das heißt, der Bescheid wirkt gegenüber dem antragstellenden Elektrizitätsunternehmen wie ein Bescheid, wird gleichzeitig allerdings in den betroffenen Gemeinden, in den betroffenen Gebieten ans schwarze Brett geschlagen, entsprechend kundgemacht und dort wirkt der Bescheid quasi wie eine Verordnung. Das heißt ganz allgemein gegenüber allen potenziell Betroffenen. Die Auswirkungen sind, dass eben diese potenziell Betroffenen dann diese Planungsarbeiten auch auf ihrem eigenen Grundstück zu dulden haben.